Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoserie zum Test zu Get More. Heute wollen wir den Code, den Get More mir tatsächlich schon geschickt hat. Heute ist der 2.7. Hat zwei, drei Tage gedauert. War wirklich nicht lange. Den übermitteln wir heute. Und wir bestellen auch gleich mal ein paar Schuhe. Ich brauche neue Laufschuhe. In drei Monaten geht es zum Halbmarathon, hoffe ich, wenn er nicht schon abgesagt ist. Mal schauen. Ja, also heute kam tatsächlich schon der 1 Cent von Get More an, damit ich mein Konto verifizieren kann. Hier stand dann hier den Code eingeben und habe ich dann halt gemacht. Und hier kann man auch sehen, dass der Betrag von 1 Cent halt zu mir überwiesen wurde. Damit übermitteln sie halt den Code, den ihr dann hier eingeben könnt unter mein Konto Auszahlungen. Genau. Und dann habe ich auch schon über Deichmann ein paar Schuhe bestellt. Und zwar bin ich, also einmal kann man hier gucken. Und wenn man jetzt speziell nach Schuhe guckt, dann könnte man auch hier direkt auf Schuhe klicken. Man kann aber auch zum Beispiel, wenn man ein paar Nike Schuhe haben wollt, da hier oben auch Nike ein. Und dann zeigt er euch auch schon direkt den Shop an. Dann klickt ihr darauf. Und könnt hier mit Cashback shoppen klicken. Wir gucken mal, wie das bei Deichmann war. Genau. Da ich mal ein Cashback shoppen. Dann wird man sofort auf die Seite von Deichmann weitergeleitet zum Shop und sucht sich dann hier was aus. Kauft das. Und dann bekommt man, da bekommt Gerd Moor innerhalb von 6 bis 12 Wochen eine Bestätigung von einer erfolgreichen Bestellung. Und sobald die Bestätigung da ist, erhaltet ihr halt die Gutschrift vom Cashback direkt auf hier das Konto. So. Genau. Und dann könnt ihr euch auch das direkt auszahlen lassen, wenn ihr möchtet. Also die zahlen schon ab 1 Cent aus. So läuft es. Außerdem könnt ihr auch Cashback spenden. Wenn ihr denn auch Lust habt, so viel, was heißt viel, also jetzt bei Deichmann sind es 6 Prozent. Aber bei anderen Shops wird es sicherlich mehr sein. Aber ich sag mal, wenn so ein Schuh, die kommen schon mal auf 100 Euro und dann habt ihr halt 6 Euro gespart. Und gerade jetzt in der Zeit 6 Euro sparen oder nicht. Also für mich stellt sich da keine Frage. Klar. Ja. Also hier unter dem Video gibt es einen Link. Einfach raufklicken. Dann kommt ihr hier zu GetMore und könnt euch hier kostenlos anmelden und einfach Geld sparen. Ja. Wir warten jetzt ab. 6 bis 12 Wochen stand da. Also ich denke, in 6 Wochen wird sich das wohl, werde ich denn wohl hier mal sehen, dass ich Geld drauf habe. Und dann werde ich es mir auszahlen lassen. Und wenn es funktioniert, dann denke ich, kriegt GetMore ordentlich, eine ganz ordentliche Punktzahl. Warum soll ich hier nicht 5 von 5 Punkte geben? Sogar, die tun sich ja was für die Umwelt. Also eine super Sache. Wie ihr sagt, der Link ist hier unter diesem Video. Einfach anklicken, kostenlos anmelden. Ich freue mich dann schon, in 6 bis 12 Wochen euch dann auch beweisen zu können, dass die Auszahlung funktioniert. Wird der Lasse funktionieren. Ja, wie ihr gesehen habt, nur Positives. Wenn ihr auch Geld sparen wollt, hier unter dem Video ist der Link. Einfach anmelden, kostenlos alles. Also bei jeder Online-Bestellung jetzt ordentlich Geld sparen. Leichter geht es wirklich nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal. Damit du noch mehr Tipps bekommst, wie man ordentlich Geld spart und mit Apps Geld verdient. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Und abonniere diesen Kanal, damit du noch mehr Geld sparen kannst. Und wenn dir das Video so la la gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Und abonniere den Kanal, damit du noch mehr Geld sparen kannst. Und jetzt höre ich aber auf damit. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018